Fangsohn Agrippa, guten Tag. Einzelzimmer die Nacht, ja, 75 Euro. Nein, brach mit dem willig. Stabmutter Agrippina wird 2000 Jahre alt. Äußerte sich gestern zufrieden Oberbürgermeisterin Marile Milowitsch. Der weltnetzige Flughafen hat als einzig Stab der ganzen Welt vor, einen U-Bahn-Tunnel unterm Rhein herzubauen. Das Verwaltungsgerät ist ja jetzt gleich hier im vierten Kranhaus. Wir müssen von Achtung mal raus hier! Nach Hause getwommen! Hoch! Wo in aller Welt hat die Schwimmen gelernt! Chapeau! 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 Also mich kriegen da keine zehn Pferde runter. Hier in unserem Keller? Bei Ihnen ist etwas im Keller? Na, na, da können Sie aber jetzt schon sagen. Sie werden jetzt ungehend den Betonmischer holen und diesen verdammten Keller zugießen. Habe ich nicht klar ausgedrückt. Im Keller tickt eine Zeitbombe! Nehm keine Rücksicht auf mich! Schalte die Nonne aus! Ja... Ich bin an eine fig ребен! Ich bin ein Schrank! Bis zum nächsten Mal.